Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu diesem Video. Ein Video, wo ich wirklich lange saß und dachte, okay, drehst du das jetzt wirklich? Möchtest du dir das antun tatsächlich auch? Also ein Video über meine Schwangerschaft mit 18. Ihr habt es ja glaube ich schon im Titel gelesen. Und ja, ihr seht im Hintergrund, mein Kind ist schon da. Also ich bin bereits Mama, eine einjährige Tochter. Und ja, ich war damals schwanger mit 18. Ich wollte in diesem Video einfach mal meine Story erzählen. Einfach, ja, wie war es für mich? Wie habe ich es herausgefunden? Wie hat mein Freund reagiert? Wie haben meine Eltern reagiert? Auch ein Video, wo ich anderen eventuell ein bisschen Mut machen möchte, dass man auch so jung eine ganz, ganz tolle Mama sein kann oder ganz, ganz tolle Eltern sein kann. Und ich kriege total Gänsehaut gerade, weil ich einfach darüber spreche. Ja, wirklich, das Video ist wirklich sehr, sehr schwer für mich, weil ich auch einiges offenlegen möchte, was ich vorher mal in der Community verheimlicht habe. Ich weiß nicht, ob du eventuell gerade neu bist hier auf meinem Kanal. Aber einige werden eventuell auch zuschauen, die mich einfach schon ein bisschen länger kennen. Und ich, ja, habe einfach ein bisschen was offen zu legen für euch. Genau, meine Tochter schläft gerade und ich habe ein bisschen Zeit, euch einfach so durch meine Story mitzunehmen, durch meine, durch meinen Lebensweg mitzunehmen. Ich bin ein Mädchen, eine Dame, die einfach schon sehr, sehr früh einen Kinderwund hatte. Und mehr dazu habe ich hier in dem Video für euch vorbereitet. Da könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen. Da geht es einfach so ein bisschen um meine Vergangenheit und wie das alles dazu kam. Das möchte ich jetzt nicht nochmal auflegen, weil, ja, das würde einfach hier den Rahmen sprengen. Schaut euch einfach das Video an, wenn ihr da Interesse habt, einfach mehr über meine Vergangenheit zu erfahren. Ich habe einfach total viel Scheiße erlebt und, ja, bin dadurch einfach total geprägt. Und dadurch habe ich einfach sehr, sehr früh einen Kinderwunsch entwickelt. Also geht es hier auch nicht um eine 18-jährige Schwangere, die das einfach so erfahren hat, sondern eine 18-jährige Schwangere, die tatsächlich ein Baby geplant hat. Und, ja, wie es dazu kam, das erfahrt ihr dann jetzt. Genau, also ich denke, das ist was ganz, ganz anderes mal. Schwanger mit 18, nicht ungeplant, sondern total geplant. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an, wie das so anfing. Also ich hatte damals Reborn-Babys, weil ich einfach diesen Kinderwunsch, den ich wirklich sehr, sehr stark hatte, einfach, ja, überwinden musste. Ich brauchte irgendwas, um das zu kompensieren. Ich musste irgendwas tun im, ja, so in diesem Mutter-Ding und habe mir deswegen Reborn-Babys angeschafft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sonst, ja, googelt das einfach mal. Das sind halt eben Puppen, die aussehen wie echte Babys. Die sind genauso schwer, genauso groß und sehen einfach genauso aus wie echte Babys. Das ist wirklich krass. Das kommt aus Amerika und das ist jetzt rübergeschwappt nach Deutschland. Ich habe das auch auf YouTube ganz, ganz groß gemacht und war da die größte YouTuberin in Deutschland, die das Thema angesprochen hat. Und ich verlinke euch den Kanal auch nochmal gerne. Da könnt ihr dann auch nochmal vorbeischauen, falls euch das interessiert. Bitte seid nicht verschreckt. Es ist einfach eine ganz, ganz andere Maggie in den Videos. Da ging es auch viel um Rollenspiele. Also seid da nicht verschreckt. Aber ich möchte euch einfach, ich möchte einfach, dass ihr wisst, wie ich mich gefühlt habe beziehungsweise dass ihr es einfach ein bisschen versteht. Und wie kam es jetzt dazu, dass wir schwanger wurden? Also ich und mein Partner sind bereits seit sechs Jahren zusammen. Also wir haben die komplette Jugend miteinander verbracht. Wir sind mit 14 zusammengekommen und sind immer noch ein Herz und eine Seele. Also wir sind wirklich wie füreinander gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben schon so viel Mist durchlebt und auch er hat einfach diese komplette Kinderwunschzeit mit mir zusammen durchstanden und auch die Reborn-Babys hat er super akzeptiert. Genau. Und es war für mich von Anfang an klar, okay, ich werde auf jeden Fall früh Mama. Nur wann war eben die Frage? Ich habe dann meinen Hauptschulabschluss gemacht beziehungsweise habe ich den gar nicht gemacht. Ich habe halt die 9. Klasse gemacht und habe dann direkt die 10. Klasse gemacht und meinen Realschulabschluss gemacht. Und dann habe ich mein Abitur begonnen. Ich bin dann weitergegangen auf ein Gymnasium und habe meine 12. Klasse dort beendet mit einem Fachabitur. Und dann im Sommer wollte ich eigentlich ein FSJ machen im Krankenhaus auf der Geburtsstation und das war genau mein Ding. Ich habe da einen Probetag gemacht zum Arbeiten und ich war so happy und ich habe mich so gefreut. Und zwei Wochen nach meinem Abschluss habe ich den positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehalten. Ja. Ich habe im Mai 2018 meine Pille abgesetzt. Einfach eigentlich, ja gut, also es hat schon damit zusammengehängt, dass ich eben wusste, okay, du beendest diesen Sommer deine Schule und ich habe mit meinem Partner gesprochen und wir beide waren eben so, okay, Ende des Jahres legen wir es darauf an. Ende des Jahres legen wir es darauf an, ob wir schwanger werden oder nicht. Also wir verhüten dich mehr. und wenn es dann sein soll, dann soll es so sein und wenn nicht, dann eben nicht. So, das haben wir so geplant, weil er dann mit seiner Ausbildung fertig wäre, wenn das Kind gekommen wäre und er hätte dann seinen richtigen Job, eine leitende Position gehabt und ich hätte mein FSJ fertig gehabt. So, deswegen haben wir gesagt, Ende des Jahres passt gut, weil für mich war auch jeder Tag wirklich eine Qual. Also muss ich jetzt ehrlich sagen, für mich war jeder Tag wirklich total schlimm und ich habe jedes Mal Eltern gesehen mit dem Kinderwagen und war jedes Mal total erschüttert und genau, deswegen haben wir eben dann den Zeitpunkt Ende des Jahres festgemacht und haben gesagt, komm, wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann eben nicht, dann warten wir eben noch. Ja, dann habe ich, wie gesagt, Mai 2018 meine Pille abgesetzt. Natürlich aus dem Grund, weil ich meinte, ja, es kann ja sein, also der Körper braucht nun mal nach der Pille, ich habe die Pille vier Jahre genommen, braucht der Körper nun mal auch seine Zeit, um wieder zurückzuführen und ich hatte sowieso immer einen total unregelmäßigen Zyklus und es war auch vor der Pille immer eine totale Katastrophe und ich dachte, mein Körper braucht die Zeit, einfach bis Ende des Jahres da wieder fit zu werden und habe dann die Pille abgesetzt, aber das war eigentlich nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund war für das Pille-Absetzen, einfach weil ich damit absolut nicht mehr klarkam. Ich habe wirklich die vier Jahre lang nur gelitten mit der Pille. Ich war so oft beim Frauenarsen und habe mir neue Pille bekommen, weil ich, ähm, ja, alle zwei Wochen meine Periode hatte, dann mal sechs Wochen nicht, dann vier Wochen durchgehend, also es war eine totale Katastrophe und dann habe ich im Mai gesagt, komm, meine Pille war zu Ende. Ich habe gesagt, komm, leck mich am Arsch, ich nehme die jetzt nicht mehr und habe dann meine Pille nicht mehr genommen und wir haben es nicht drauf angelegt, also wir haben, ähm, halt nicht mehr verhütet, klar, aber wir haben es halt auch nicht so drauf angelegt, dass wir sagen, komm, ich habe jetzt meinen Eisprung, wir haben jetzt Sex, sondern, ähm, wir haben halt einfach nicht mehr. Genau, und, ähm, da ist eben schon der erste Punkt, wo ich sage, dass ich meine Community da, äh, belogen habe, tatsächlich, weil ich einfach Angst hatte. Ich hatte unglaublich Angst vor der Reaktion, ähm, und auch diesen Hate, den ich, äh, bekommen hätte und deswegen habe ich gesagt, dass es passiert ist und dass es nicht geplant war. Und ganz ehrlich, Leute, ich bereue gar nichts davon. Ich bereue es absolut nicht, ähm, diese Entscheidung jemals in meinem Leben getroffen zu haben und ich möchte auch allen da draußen Mut machen und sagen, komm, selbst wenn ihr mit 17 oder 18 Schwangerschaftsdessen in der Hand haltet, ihr könnt das genauso rocken wie andere. Egal, ob du 30 bist, 40 oder 20 oder 17, du kannst eine wundervolle Mama sein und du kannst eine, eine ganz, ganz tolle Familie sein. Ihr könnt eine ganz, ganz tolle Familie sein. Es ist einfach so. Es ist einfach so, wirklich. Ich bin wirklich eine geborene Mama. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, da sagen auch ganz viele zu mir, Maggie, du bist die geborene Mama, du gibst deinem Kind so viel Liebe und ja, ich gebe meinem Kind unglaublich viel Liebe. Einfach, weil ich diese Vergangenheit hatte und einfach, weil ich was anders machen möchte. Und alle, alle Mädels auf dieser Welt können so eine wundervolle Mama sein. Wirklich. Egal, wie alt ihr seid. Ihr könnt eine wundervolle Mama sein und genau, das war eigentlich meine Geschichte. Das war die Story zu meiner Schwangerschaft mit 18, wie ich jetzt eine wundervolle Tochter habe. Und wie gesagt, ich würde nichts anders machen. Mein Freund würde nichts anders machen. Wir hätten es genau so gemacht. Wie gesagt, wir hätten es ja sowieso geplant gehabt. Und es war dann einfach eine ganz, ganz spontane Entscheidung. Und ja, so sind wir schwanger geworden. Geplant. Drauf angelegt. Und super glücklich. Wirklich. Super, super glücklich. Ich hoffe jetzt, euch hat das Video einfach total gut gefallen. Ich, ähm, weiß, dass jetzt einige Kommentare kommen werden, wo ihr sagt, hm, ähm, Maggie, das war jetzt nicht so cool. Aber ganz ehrlich, äh, ich stehe da einfach zu, Leute. Ich stehe da einfach zu und was soll ich euch da groß rumreden? Es ist einfach so passiert und wie es passiert ist, ist es richtig. Und ich bereue, wie gesagt, nichts. Und deswegen kann ich euch da auch teilhaben lassen. Und ich wünsche euch jetzt einfach einen ganz, ganz wundervollen Tag. Wenn da Mädels bei sind bei euch, die hier zuschauen, die einfach in einer Situation sind, wo sie Hilfe brauchen, schreibt mich super gerne an auf Instagram. Ich bekomme täglich Nachrichten von Schwangeren, Teenies, äh, die einfach meine Hilfe brauchen. Und, ähm, ja, schreibt mir einfach gerne. Mein Instagram-Account schreibe ich euch hier nochmal hin. Und dann wünsche ich euch einfach einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi! Okay.